Hallo mein lieber Steinbock, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit, mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ein paar Karten brauche ich noch und dann können wir auch schon loslegen. Okay, ja, was ich hier sehe ist, es geht hier zum einen um einen Erfolg, aber für diesen Erfolg ist auch ein Abschied notwendig. Also irgendwo muss ja Platz gemacht werden. Es kann jetzt aber auch sein, dass du das Gefühl hast, dass eine Erfolgsphase dabei ist, vorbeizugehen. Aber das ist eine Illusion, mein lieber Steinbock. Der Erfolg soll hier nicht enden. Es ist vielmehr, dass hier etwas anderes, was hier noch mit an deiner Seite ist, dass das hier in die Vergangenheit gehen soll. Also irgendeine Altlast, so wie ich das sehe. Was jetzt hier hinein wirkt, ist auch, dass du hier den ein oder anderen unangenehmen Gedanken hast, dass deine Gedanken hier um Angelegenheiten kreisen, die nicht so angenehm sind. Und es ist jetzt auch wichtig, dass man hier, dass man sich das zum einen bewusst macht und dass es auch darum geht, dass, ja, dass man die eigene Energie wieder auflädt und vielleicht die ein oder andere Person aufsucht, die einem wohlgesonnen ist, wo man hier vielleicht auch ein bisschen aus diesem, aus diesem Gedankenkarussell herauskommen kann. Das kann man hier schon auch sehen, weil du hast hier, ich glaube, es geht hier vielleicht um die ein oder andere Person, entweder im privaten oder im beruflichen Umfeld. Du weißt vermutlich ganz genau, um wen es hier geht. Das sind wiederkehrende Gedanken, immer und immer wieder. Irgendeine Erfahrung aus der Vergangenheit, eine unangenehme oder ein unangenehmes Ereignis. Wichtig ist, dass du hier Menschen aufsuchst, die dir, ja, wo du dich vielleicht auch seelenverwandt fühlst oder wo du dich zu Hause fühlst, wo ein ausgeglichenes Geben und Nehmen vorherrscht. Das wird dir hierbei helfen, auch auf andere Gedanken zu kommen. Von außen betrachtet sieht man hier auch eine gewisse Harmonie. Kann hier sein, dass es hier auch um Partnerschaft geht, also dass du vielleicht auch in einer stabilen Partnerschaft bist oder wenn es hier um die Liebe geht, dass sich hier etwas anbahnt, was ein hohes Potenzial hat oder ein großes Potenzial hat, eine ernsthafte Verbindung zu werden, eine stabile Beziehung, die auch einen Alltag dann zur Folge hat. Kann hier aber auch sein, dass man hier einfach auf stabile Verbindungen so generell schaut. Das kann jetzt Freundschaft, kann auch Freundschaften betreffen oder bestimmte Familienmitglieder, zu denen du einen guten Draht hast. Kann aber auch sein, dass hier eine vielversprechende geschäftliche Beziehung hier gefestigt wird aktuell. Also ich sehe hier schon, dass es hier stark um Erfolg geht, aber irgendein altes Thema, eine alte große Sache, die stört hier deine Stimmung, habe ich das Gefühl. Vielleicht steht hier auch irgendetwas an, was das Ganze hier hochkommen lassen hat und deine Gedanken sollen sich hier auch unbedingt wieder verändern. Hier geht es nicht um Verdrängung, mein lieber Steinbock, aber das Licht oder der Scheinwerfer deines Bewusstseins ist viel zu stark auf das hier gerichtet und wir schauen jetzt auch gleich an, wie sich das zeigt oder was wir hier erfahren dürfen, weil wir schauen jetzt in die Blockaden. Wenn du schon mal eingeschaltet hast, dann weißt du, die Blockaden, die wir uns hier ansehen, die sollen auch aufgelöst werden, die sind bereit aufgelöst zu werden und die strahlen üblicherweise auf alle Lebensbereiche aus. Und hier geht es zum einen auf gerade auf deiner Ebene um eine gewisse Fremdbestimmung, die du hier fühlst. Also in irgendeiner Angelegenheit oder einer Situation fühlst du dich fremdbestimmt oder hast das Gefühl, kontrolliert zu werden oder nicht frei handeln zu können. Und ich habe hier auch das Gefühl, wenn ich hier kurz schon vorausschaue, dass es hier um eine Art Teufelskreis geht, denn der soll hier auch aufgelöst werden. Also diese Situation kennst du offenbar bereits. Ich sehe hier auch, dass du hier eine, hier gibt es auf jeden Fall gute Neuigkeiten, gute Entwicklungen, vielleicht auch ein gutes Angebot. Das kann auch sein, das hier in dein Feld kommt. Ich glaube, du weißt auch davon, aber du kannst es aktuell nicht wirklich annehmen, weil deine Gedanken hier auf diese Sache gerichtet sind. Ja, das werden wir dann auch rausfinden, wie wir das hier auflösen, dass du das hier annehmen kannst. Und dann, und das ist hier jetzt sehr entscheidend für mich, denn ich habe hier das Gefühl, es geht hier um andere Personen, um die es sich hier dreht. Also auch bei dieser Fremdbestimmung und da zeigt sich eine ganz spezielle Person, kann natürlich im Einzelfall, können das auch mehrere sein, eine sehr dominante Person. Ich sehe hier nicht, ob das jetzt weiblich oder männlich einzuordnen ist. Es ist auf jeden Fall eine übergriffige Person, die ihre Macht irgendwo auch ausnützt, die dich hier irgendwo unterdrückt hat oder über einen längeren Zeitraum unterdrückt hat. Ja, eine schwere Energie auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es sich um diese Person oder vielleicht auch mehrere Personen hier auf deiner Ebene gerade dreht. Und jetzt geht es eben darum, diesen Einfluss hier aufzulösen. Denn ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht auch eine Manipulation über einen längeren Zeitraum stattgefunden hat, dass du hier vielleicht das Gefühl hast, du kannst hier irgendwie nicht so recht entkommen oder das kann man hier vielleicht nicht auflösen. Und das ist vielleicht auch eine Illusion, die hier erzeugt werden wollte, also die man hier mit voller Absicht erzeugen wollte. Und wie man das jetzt eben auflösen kann, damit du dich hier wieder auf deinen Erfolg konzentrieren kannst und auf deine Angelegenheiten, das schauen wir uns jetzt hier in den Anregungen vom Universum an. Und jetzt geht es hier wirklich darum, anders zu handeln. Also wir haben hier den Hinweis, dass du diesen Teufelskreis durchbrechen kannst. Offenbar steht hier vielleicht auch eine Situation an, wo du mit diesen Personen oder mit dieser Person konfrontiert wirst. Ja, hängt jetzt natürlich davon ab, ob das eine Person im beruflichen Umfeld ist, vielleicht im familiären Umfeld oder eben eine Person, die auch irgendwo im Freundeskreis integriert ist. Und jetzt geht es eben hier darum, dass du anders handelst als bisher. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, denn das wird hier für jeden ein bisschen anders sein. Denn ich denke, hier geht es einfach darum, also vielleicht geht es ja darum, auch etwas direkt anzusprechen. Vielleicht geht es hier darum, dass du dich auf eine Konfrontation einlässt. Vielleicht hast du hier um des Friedenswillen immer geschwiegen und hast dich nicht dazu geäußert. Also irgendetwas möchte hier einfach raus, habe ich das Gefühl. Also entweder eben, dass du dich, dass du hier etwas, dass du hier Konter gibst oder dass du hier die Ruhe bewahren sollst. Wichtig ist, dass du vertrauliche Informationen für dich behältst, auch wenn es hier um Familie geht oder um Freunde. Ja, aber es könnte sein, dass hier jemand etwas herauskitzeln möchte aus dir und um das dann vielleicht gegen dich zu verwenden. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Aber es könnte hier sein, vielleicht auch, dass du hier Gegenfragen stellst, dass du hier das Gespräch leitest oder führst und du dementsprechend Gegenfragen stellst oder hier konkrete Fragen stellst. Das kann hier sehr gut funktionieren. Ja, hier, ich denke, hier geht es schon auch um ein gewisses Handeln. Kann aber auch sein, dass man hier, dass man das hier an sich abprallen lassen soll. Du weißt, was bisher immer passiert ist. Dementsprechend setzt dich damit auseinander, was man hier anders machen kann. Man kann auf jeden Fall etwas anders machen. Vielleicht brauchst du ein bisschen Bedenkzeit, dass du da, dass ich dir das offenbaren kann. Also nimm dir bitte diese Zeit. Man kann hier anders handeln. Auf jeden Fall, mein lieber Steinbock. Ja, dann geht es hier darum, dass du diese guten Neuigkeiten annehmen kannst. Da zeigt sich jetzt eben, dass du hier auch annehmen sollst, dass du, was diese Situation betrifft, in einer Sackgasse bist. Denn so, wie es bisher gelaufen ist, kann es nicht weitergehen. Ich denke, das weißt du auch, aber du stehst nach wie vor in dieser Sackgasse, was das hier betrifft. Und jetzt geht es eben darum, dass man hier sich auch der Möglichkeit zuwendet, dass man diese Sackgasse verlässt. Das bedeutet, je nachdem, wie diese Person oder diese Personen zu dir stehen oder wie man sich hier begegnet, kann es jetzt darum gehen, dass man diese Verbindung bewusst löst. Also, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man hier einfach nicht mehr in einer Gemeinschaft ist oder auch nicht mehr zusammengehört oder dass man diese Beziehung transformiert. Das kann auch sein, dass man hier etwas klärt. Denn kann auch tatsächlich der Fall sein, dass es sich hier um ein jahrelanges Missverständnis handelt. Also, irgendetwas muss hier auf jeden Fall geklärt werden. Und der ausschlaggebende oder der wichtige Punkt bei dieser Angelegenheit ist, dass du für dich klar erkennst, dass so, wie das jetzt ist, dass das keine Zukunft hat und dass du hier auch nicht bleiben möchtest, dass du diese verfahrene Situation hier verlassen möchtest. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gib dir dann auch den Blick frei auf diese guten Entwicklungen, wird hier für viel Erleichterung sorgen. Und was ich hier auch noch sehe, was das Umfeld betrifft, hier sehe ich eine ruhige Haltung. Also, es geht hier darum, dass alles, was hier in deine Richtung kommt, dass du hier irgendwie, ja, so in die Richtung wie Teflon, könnte man jetzt als Metapher verwenden, reagieren sollst, dass das an dir abprallt. Also, du sollst hier eine Art Poker-Face bewahren und dich hier nicht aus der Ruhe bringen lassen. Egal, ob du jetzt hier Themen ansprichst oder eben nicht. Ja, also, du kannst auf jeden Fall darauf reagieren. Wichtig ist, dass du hier bei dir bleibst, vor allem auch, wenn du hier, wenn es hier darum geht zu erkennen, dass diese Person oder diese Personen, die sich hier zeigen, vielleicht auch gar nicht mehr zu deinem Alltag gehören oder auch gar nicht Teil deiner Zukunft sind. Das kann auch sein. Also, ich weiß es nicht. Also, es ist wichtig, diese Sackgasse auf jeden Fall zu erkennen. Das wird hier irgendwie, oder sich diese Sackgasse bewusst zu machen, denn das wird hier einiges in Bewegung bringen, auch wie du anders handeln kannst. Denn vielleicht hast du geglaubt, dass man hier durch die Wand durch muss oder dass es hier weitergeht und hast deswegen, bis deswegen eher in einer schweigenden Haltung geblieben. Denn ich habe ja einfach das Gefühl, dass du, dass man hier etwas sagen soll oder sagen muss, damit sich hier auch etwas verändern kann. Oder eben, dass man für sich beschließt, ich, das ist einfach kein Teil mehr, ja, meines weiteren Lebens. Also, irgendetwas soll sich hier auf jeden Fall tun. Du weißt, was bei dir los ist und das bitte setzt dann auch dementsprechend auf deine Art um. Du triffst hier natürlich auch die Entscheidungen und weißt auch, wann du bereit bist, dementsprechend Schritte zu setzen. Wir schauen uns jetzt mal die Tendenz an, die hier auf dich wartet, also was höchstwahrscheinlich wahrscheinlich auf dich zukommt. Und hier geht es um den richtigen Zeitpunkt. Und das ist sehr, sehr spannend, denn ein richtiger Zeitpunkt kommt hier auf dich zu. Also hier soll eben etwas in Bewegung gesetzt werden. Hier soll anders gehandelt werden als bisher. Das ist hier irgendwie die wichtige Information. Und das bringt dich in einer bestimmten Angelegenheit genau zu einem richtigen Zeitpunkt. Worum es hier genau geht, das kann ich hier nicht sehen, aber du wirst es merken, dass sich hier irgendwie alles zusammensetzt und dich genau an einen bestimmten Ort oder in eine bestimmte Situation bringt, die hier schicksalhaft ist. Und das ist hier sehr, sehr wichtig. Offenbar ist es auch wichtig, dass du hierfür Platz machst. Also auch diese Sackgasse verlässt oder ja, diese Situation vielleicht auch verlässt oder diese Situation transformierst, denn du brauchst hier Platz. Was ich hier sehe, ist, dass eine Veränderung ansteht und zwar eine klärende Veränderung. Also du wirst hier mit einigem aufräumen können. Kann natürlich auch sein, dass hier die ein oder andere Diskussion dann auf dich zukommt. Aber du hast hier eine sehr, sehr starke Energie und es ist jetzt auch an der Zeit, das in Bewegung zu bringen. Das lohnt sich auf jeden Fall, so wie ich das sehe. Und das ist auch wichtig, denn wie gesagt, du bist hier schon in einer Entwicklung, die erfolgreich ist und wo es hier um Erfolg geht. Und das soll hier auch weitergehen. Also du bist ja noch nicht an der Spitze sozusagen angelangt. Da geht es noch weiter rauf. Aber hierfür ist eben diese Prüfung notwendig und diese Altlast soll jetzt einfach angegangen werden. Was ich hier im Umfeld noch sehe, in der Tendenz und auch das ist sehr wichtig, hier sehe ich, dass ein Zyklus abgeschlossen wird. Und das deutet auch darauf hin, dass du diesen Teufelskreis auf jeden Fall auflösen kannst. Wichtig ist, dass du dir vielleicht einfach Zeit nimmst, wenn du nicht so recht weißt, wie du hier anders reagieren sollst oder anders handeln sollst, dass du dir die Zeit nimmst. Du kannst auf jeden Fall drauf kommen. Vielleicht ist es im ersten Moment nicht so offensichtlich, aber vielleicht geht es ja auch darum, dass du bestimmte Situationen ein paar Mal für dich selber durchspielst und dann erkennst, ah ja, so könnte es funktionieren oder so möchte ich eigentlich reagieren. Hier geht es viel mehr um dich als um die anderen, habe ich so das Gefühl. Und dann kannst du hier wirklich schön mit dieser alten Angelegenheit abschließen und hast dann hier auch Platz für Neues. Und das ist eben auch so wichtig, denn parallel ergibt sich dann hier irgendeine schicksalhafte Situation für dich und das ist eine positive Situation. Das kann ich dir auf jeden Fall auch sagen, mein lieber Steinbock. Ja, wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.